Daniel Kükelböcks Klammer auf 33 Verschwinden gibt noch immer viele Rätsel auf 2003 hatte er an DSDS teilgenommen und stand danach im Fokus der Öffentlichkeit Mit seiner Musik begeisterte er seine Bewunderer Mit Teilnahmen bei beispielsweise Leads Tanze bewies der Sänger viele seiner weiteren Talente Im Herbst 2018 dann aber der Schock Daniel verschwindet spurlos von einem Kreuzfahrtschiff Fast vier Jahre sind seitdem verstrichen, heute hätte er seinen 37 Geburtstag gefeiert, bis heute ist noch unklar, warum genau Daniel auf dem Kreuzfahrtschiff gegen 4 Uhr morgens über Bord ging Fakt ist aber, dass er auf dem Dampfer als Lana Kaiser einheckte Einige Augenzeugen sagten nach seinem Verschwinden aus, dass er sich an Bord merkwürdig benommen habe Heute hätte Daniel seinen Geburtstag gefeiert, doch stattdessen wird seine Familie zum bereits vierten Mal an den schmerzlichen Verlust erinnert Im vergangenen Jahr musste das Passauer Amtsgericht im Fall von Daniels Verschwinden eine schwierige und für seine Familie herzzerreißende Entscheidung fällen Per Beschluss legten die Verantwortlichen den 9. September als seinen Todestag fest Das sollte angeblich bereits 2019 geschehen Daniels Vater hatte sich jedoch zunächst dagegen entschieden Die Untertitelung des ZDF für funk, 2017